Warum ist McDonald's so berühmt? McDonald's wurde erstmals vor 70 Jahren am 15. Mai 1940 eröffnet. Die Brüder Richard und Marguerite McDonald's bauten damals das erste Restaurant. Sie verkauften Burger und Pommes. Der große Erfolg kam acht Jahre später. Sie führten ein System ein, mit welchem sie Essen sehr schnell zubereiten konnten, fast wie ein Fließband. Fast Food, schnelles Essen, war geboren. Die McDonald's Brüder waren bekannt. 1959 gab es bereits 101 Filialen. 1968 wurde die tausendste Filiale eröffnet. 1961 kam McDonald's nach Europa. Heute gibt es mehr als 31.000 McDonald's Restaurants, in mehr als 100 Ländern. Leider gibt es auch Nachteile. Fast Food ist nicht gesund und man wird dick. Jetzt wisst ihr, warum es überall McDonald's Restaurants gibt. Jetzt wisst ihr, warum es überall McDonald's Restaurants gibt. Erstmal ganz oben. Vielen Dank.